Wenn sie erst gleich... Na fack, jetzt ist hier wohl noch irgendwie Stromfach, Alter. Was? Dann müssen wir nicht Sicherung erst machen. Hier, Sicherung erst mal aus, Junge. Wo sind wir mit dieser Sicherung? Links hinten in dem Raum. Gleich gib mal bitte einen raus. Ich krieg doch grad Stromschädigungs. Danke. Wo kommt denn das heiße Wasser her? Was? Wo kommt denn das heiße Wasser her? Welches heiße Wasser? Da qualmt doch irgendwas. Ah, fuck. Also ich habe die Sicherung rausgemacht. Du kannst doch keine Stromschädigungen setzen. Kann ich doch auch nicht irgendwie ausschalten oder Scheiße. Ich muss das Ding eigentlich nur wieder draufliegen. Klar. Du musst doch irgendwo abstellen können. Das kommt von hier. Aber hier ist kein... Hier kann man nicht... Alter. Warum verkannt man? Da kriege ich jetzt immerhin den Gewicht, Alter. Ist das bestellig? Da muss doch irgendwas geben, wo das Wasser abgestellt werden kann. Ja. Ja. Aber gleich noch ein paar, da unten bleibt das Wasser raus. Oh, das Wasser bleibt schon dran. Ja, aber richtig. Ein paar, vier und fünf Sekunden. Nee, der ist kaputt. Nee. Ach du Scheiße. Oh, Junge. Oh, Junge. Was ist denn los hier hinten? tablespoons. Oh! Wie kommt das? clot! Das ist nicht so schön. Bäh, darfst du. Oh, das wär. Das istёнisk. Untertitelung des ZDF, 2020